Hallo liebe Zuschauer, hallo liebe Fans. Ich bin's wieder, euer Holger von Holgers Wunderland. Heute mal nicht so ganz so sauber, weil ich gerade noch an meinen Anhängern geschraubt habe und ein bisschen Ecke geschnitten habe, aber ich wollte euch jetzt schon mal das Video vorstellen. Nein, Cut. Das war scheiße. Hallo liebe Fans, hallo Leute. Da muss ich noch ein bisschen... Nein, Quatsch. Hallo liebe Zuschauer, hallo liebe Fans. Ich bin's wieder, euer Holger von Holgers Wunderland. Heute mal wieder aus der Nähe von meinem Garten. Hallo liebe Zuschauer, hallo liebe Fans. Ich bin's, euer Holger wieder von Holgers Wunderland. Heute mal nicht ganz so schick angezogen, weil ich gerade noch im Garten gearbeitet habe. Ich habe doch bei dem guten Wetter noch mal eben versucht, die Hecke zu schneiden. Ja, und heute soll es eigentlich darum gehen mit den Fahrradanhängern. Ich habe noch wieder ein bisschen recherchiert und ich bin diesmal auch nicht ganz alleine. Nee, du kommst gleich. So weit sind wir noch nicht. Zeige ich euch gleich, wer da auch dabei ist. Das sind schon mal die Anhänger hier. Zwei Stück. Machen wir heute erstmal ein bisschen Praxis und Theorie machen wir im nächsten Video. Da muss ich noch ein bisschen nachrecherchieren. Aber ich kann euch schon so einige Sachen erzählen und jetzt stelle ich euch erstmal vor hier. Das ist der Thorsten. Seht ihr? Jetzt ist er. Da ist der Thorsten. Hallo. Der hat einen Roller. Auch ein 25er und ein 50er. Und der hilft mir heute ein bisschen bei dem Video. Damit drehe ich mit ihm auch noch ein Video. Also könnt ihr euch demnächst auf seinem Kanal auch noch ein paar Videos angucken. So, mein Anhänger kennt ihr ja schon. Das ist derjenige, welcher hier. Der hat ein paar Neuerungen gekriegt. Das zeige ich euch gleich aber noch alles im Detail. Dann haben wir den Anhänger hier. Der ist neu, beziehungsweise mit Verwoll gewaschen. Der kriegt aber noch einen anstrichen neuen. Also er ist noch nicht ganz fertig. Aber technisch ist er jetzt schon in einem guten Zustand. Er hat schon Licht gekriegt und so weiter. Aber das zeige ich euch gleich alles im Detail. So, könnt ihr jetzt sehen. Der hat schon schöne verstärkte Deichsel. Hat vorne einen Standfuß gekriegt. Dann hat er vorne die Beleuchtung. Jeweils links und rechts ein Haken. Und zwar zeige ich euch das mal. Mal gucken, ob ich das jetzt einfangen kann. So, an den haben wir hier jetzt schon mal so ein Auto. Ich glaube, der Thorsten Stecker dran gemacht. Das zeigt mal mit dem Finger auf den Haken, damit wir dann auch vernünftig Licht haben. Oben, das ist der Haken. Und daneben ist der weiße Strahler. Ist auch genau auf der anderen Seite. Die haben wir neu dran gemacht, damit wir da ein Gepäcknetz einhängen können. Die Haken und die Strahler, damit wir gut gesehen werden. Weil es müssen vorne zwei weiße Strahler dran. So, das ist jetzt nochmal die Seiteneinsicht. Da sind zwei orangene Strahler dran. Einmal da und einmal vorne. So, dann haben wir den hinten ausgestattet schon mit zwei Rückleuchten. Jeweils links und rechts mit Blinker, Bremslicht und Standlicht. Die Rückleuchten. Einmal da und einmal auf der anderen Seite. Dann haben wir zwei Rückstrahler. Zwei rote. Ein Nummernschild. Und ein 25 kmh Schild, damit jeder erkennen kann, dass der Anhänger nicht schneller als 25 fahren darf. Weil mit diesem Schild dran, ne, darfst du einen Anhänger auch hinter einer Mofa ziehen. Das ist schon mal eine rechtliche Vorgabe. So, und jetzt zeigen wir euch mal, wie das aussieht, wenn wir ein Netz drauf machen. So, und dann jeweils links an die Seiten einhaken. Und dann machen wir das Ganze so, dass wenn man das nicht sieht, und schon ist das Ganze abgedeckt. Und es kann nichts mehr runterfallen. Ja gut, die Äste, die jetzt hier an der Seite, die müssten wir auch noch drunter stopfen. So, und so ist Sicherungsladung. Das wollte ich euch auch mal erzählen. Dann kann man auch noch mit Spanngurten sichern. Ich glaube, das zeige ich euch auch noch mal kurz. So, und jetzt haben, ne, so, jetzt haben wir ein Sicherungsgurt rumgelegt. Jetzt zeige ich euch kurz, wie man den spannt. Den habe ich jetzt schon durchgezogen. Und dann einfach so. Und ist natürlich doof, wir haben jetzt die Ladung da drauf, die wir bräuchten eigentlich dafür. Aber nur mal kurz zu Demonstrationszwecken. Das ist dann so stabil, da könnte man den Anhänger sogar anheben. So, das ist ein Gurt, der hat jetzt Gewichtsspannung, glaube ich, 500 Kilo. Für einen Fahrradanhänger reicht das. Es gibt aber noch Gurte mit 1 Kilo, 1 Tonne, 2 Tonnen, 3 Tonnen, 5 Tonnen. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Da gibt es noch Gurte mit Haken und Spanngurt. Die Spanngummis gehen übrigens auch, dienen auch zur Ladungssicherung. Allerdings nur bei Teilen, die nicht besonders beweglich sind, sag ich mal. So, und jetzt geht es weiter. Jetzt zeigen wir euch, wie der Anhänger angehängt wird. Es ist ganz wichtig, ein 7-poliges Kabel benutzen. Und einen 7-poligen Stecker. Und einen 7-poligen Stecker. Keinen 9-poligen, weil den braucht man beim Anhänger-Fahrradanhänger nicht. Der ist hier, den zeige ich euch mal. Wenn der Holger mal kurz mit der Kamera dichter rankommt. Sieht man ja wohl. Ja. Gut. Dann zeige ich euch jetzt, wie man den anhängt. Jetzt machen wir Pau. So, das ist jetzt der 7-polige Anschluss hier, die Steckdose. So sieht der aus. Den haben wir jetzt hier angebaut, beziehungsweise das Torsten selber. Die Kamera läuft. Dann zeige ich euch mal, wie man das benenftig macht. Guckt, erst einhängen. Ganz wichtig. Dann den Splint nehmen und sichern. Genau. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, der Sicherungssplint ist ganz wichtig. So. So, gut, das reicht. Gut. Dann kommt hier normalerweise noch ein Sicherungsseil dran. Das haben wir noch nicht dran gebaut. Das kommt noch im Laufe der Zeit jetzt. Genau. Und dann zeige ich euch, wie man das Kabel dran baut. Der Stecker wird einfach in eine Steckdose gesteckt. Aber der passt nur in eine Richtung. Also da kann man auch nichts verkehrt rum reinstecken. So, jetzt zeigen wir euch die Beleuchtung mal. Es leuchtet nichts. Jetzt. Also wir haben jetzt hier einmal den Blinker links. Dann den Blinker rechts. Warte, ich muss nochmal ranzoomen. Ich mache nochmal Blinker links und Blinker rechts. Warte, ich mache nochmal Stopp. So, jetzt. Also einmal Blinker links. Und dann Blinker rechts. Und dann einmal Bremslicht. Und Standlicht geht ja halt nur jetzt, wenn der Motor läuft. So jetzt leider nicht. Mach es mal kurz an. So, da ist Standlicht. Und jetzt nochmal Bremslicht. Da stimmt was nicht. Mach nochmal Bremslicht. Thorsten, da ist irgendwas faul. So. Also liebe Leute. Also liebe Leute. Hi. Das ist nochmal der Thorsten. Der hat mir jetzt ein bisschen geholfen. Für den drehe ich gleich auch noch ein Video. Das war jetzt das erste Video. Das war jetzt so grob und schnitten. Wie das ist mit den Anhängern. Wir machen noch ein paar andere Videos. Mit richtiger Ladung drauf und so weiter. Und Maßen und so weiter. Mit dem Vollstock und so weiter und so fort. Das war jetzt so grob und schnitten. Dann möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass es Thorsten sei. Thorsten Roller Salzgitter. Der macht da auch noch Videos. Aber im Moment sind es noch nicht so viele. Kommen noch welche? Wir machen auch nochmal ein paar Videos mit den Rollern. Mit Anhängern und so eine Sachen. Das zeigen wir uns aber beim nächsten Video. Oder beim übernächsten. Oder beim überübernächsten. Oder beim überübernächsten. Oder beim überübernächsten. Genau. Oder so. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und erholt euch. Ich bin aber noch nicht fertig. Weil. Vergesst nicht zu abonnieren. Vergesst nicht zu leiten. Zu disliken. Vergesst nicht die Glocke zu drücken. Und schön den Kanal abonnieren. Und schön Kommentare reinsetzen. Das kostet mich kein Geld. Und ich antworte auch immer. Schlesikowski, euer Holger.